Ich habe ganz viele Passagen übersetzt, die Modelle für einen regulierenden Umgang entwickelt und das heißt entwickelt, übersetzt, angetastet auf deutsche Verhältnisse und das zeigt sich eben doch, dass es doch eine ganze Reihe von Schlimmen mittlerweile gibt. Das ist ein sehr unverdächtiger Mann, der Geschäftsführer der deutschen Hauptstelle in Gesungenfragen, der sagt, nach so vielen Jahrzehnten ergebnisloser Diskussion sind wir jetzt nicht mehr an Glaubenssätzen, Meinungen und Allgemeinplätzen zur Prohibition interessiert. Wir erwarten Beweise für die Vorteile von Prohibition und haben kein einziger vorgelegt, diejenigen dagegen wehren, sich von Jahr zu Jahr an. Ob uns das gefällt oder nicht, der Spiegel, ob wir wollen, es geht ja, seine Suchtpolitik wäre eine Geschwacksfrage. Die Frage ist nur, die ich mir sehr stark stelle, wie nachhaltig sind eigentlich all unsere Diskussionen in den letzten 20 Jahren zur Kritik der Prohibition. Und wenn ich, ich saß heute Morgen in dem Bremer-Block da hinten, der hat ein Buch vor 30 Jahren, glaube ich, gemacht, zu Modellen der Regulierung, sehr viel mehr und Neues erzähle ich Ihnen heute auch nicht. Sorry, 30 Jahre sind wir zwischen. Wir erleben viele Dinge zum Bietendmalen, wir erzählen uns allen die Dinge, die wir ohnehin schon kennen. Ich frage mich sehr kritisch und selbstkritisch nach der Nachhaltigkeit. Wir haben ganz tolle Konferenzen gehabt. Herr Hauke hat schon mal auf dieser gesprochen und die war sehr schön oder die Cannabis-Normal-Geschichten, die sich auf Cannabis hinbeziehen. Meine Hoffnung ist mit diesem Kongress, dass dieser Eins sozusagen Auftrag an uns ist, das jährlich weiterzuentwickeln, dass das eben ein Auftrag ist und dass wir uns wirklich sehr mal systematisch mit den Folgen der Strafrechtspolitik, die Betreuungsmittelpolitik eben auseinandersetzen. Und wir haben diesmal wirklich andere Voraussetzungen als vor 20, 30 Jahren. Wir sind nicht mehr die linken oder grünen Spinner, sondern die Bewegung, die antiproimitive Bewegung, klingt Unterstützung in der Politik, gerade mit 90 Grünen mit dem Cannabiskontrollgesetz, viele oppositionelle Anträge, Nachfragen. Wir haben Unterstützung von Fachverbänden und wir haben eben schon gehört, Unterstützung von Teilen der Stabverfolgungsbehörden und der Justiz. LIEB hat sich gegründet in Deutschland. Also das ist durchaus sehr Hoffnung machende Entwicklung. Ein paar Bewegungen habe ich hier nochmal aufgelistet. Selbst die SPD bewegt sich mit diesem Papier, millimeterweise allerdings. Ja, die hat das Thema völlig verpatzt in den letzten 30 Jahren. Die Kanalarbeiterfraktion hat sich da durchgesetzt. Das ist auch von allen Wahlprogrammen gestrichen worden. Hieraus waren Wahlsteine im Grunde genommen entwickelt worden, die aber dann keine Mehrheit fanden in dem Wahlprogramm Verabschiedung vor drei Jahren. Dann gibt es hier heute Morgen gerade das Positionspapier der Paritätischen Bremen. Kein weiter so, neue Wege in der Drogenpolitik, wunderbar. Und es gibt natürlich viele Anträge zur Veränderung hier in die Linken 2014 oder eben die Koalitions-Regierungskoalition in Bremen, Rot-Rot-Grün. Sorry, wenn ich so viel über Bremen spreche, aber das ist ein Heimatstag. Auch da passiert eine ganze Menge in der Hoffnung, hier ein wissenschaftliches Modellprojekt zu kontrollieren und angaben kann, das auf den Weg zu bringen. Also die wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen. Jetzt nicht nervös werden, sondern die wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und das kann schnell mal ausgeschöpft sein. Auch wenn man mit 300, dann ist das ausgeschöpft. Aber wir setzen uns am Bundesebene dafür ein, wir können wieder Freigabe und kann das Erwachsene-Gesetzlich zu ermöglichen. Das ist ja immerhin etwas. Ja, die Chancen, die sind bisher auch von dem Hilfesystem, was ich eben sagte, schon benannt worden. Für die Drogenhilfe passiert Enttabuisierung, Entstigmatisierung, eine rationale Suchtpolitik, bessere Forschungsmöglichkeiten, eine Differenzierung des Risikodialogs der Drogenhilfe, Erkennende, Ansprechend und Risikogruppen, all das wird eben gesagt von Vertretern der Drogenhilfe, hier Therapieleraden in Berlin, wo doch eine Reihe von Vorteilen aufgeführt werden, die da eine große Rolle spielen. Der zweite Punkt, die Unterstützung durch Strafverfolgung, BDK. Ich war eigentlich ganz positiv überrascht, im Gegensatz vielleicht zu Hubert, dass sich da eine große Option bewegt. Und das ist, glaube ich, nicht nötig, das beizureden, sondern das ist etwas, wo man aufbauen kann. Und da stimme ich Herrn Pegler völlig mal ein, dass das gute Entwicklungen sind, die man weiterfassen kann. Auch die EMCBA in Lissabon hat sich entwickelt. Die habe ich schon mal gezeigt, hat zur Verwirrung beigetragen, deswegen erkläre ich es mir etwas länger. Die durchgezogenen Linien, da ist das Strafmaß verringert, das ist derzeit 0, das war noch voran, das ist danach. Nachdem eine Änderung der Strafverfolgung oder der Strafmaßbemessung erfolgt ist, die durchgezogenen Linien heißt Strafmaß verringert, und die Prävalenz ist hier angezeigt, die Verbreitung des Drogenkonsums, heißt im UK, Strafmaß ist verringert, und gleichzeitig sinkt die Prävalenz, also die Verbreitung des Drogenkonsums. Wir würden das Gegenteil annehmen. Die Strafmaß wird verringert, der Konsum geht nach oben. Ist leider kursal so nicht. Die gestrichelte Linie Italien, der Strafmaß wird erhöht und gleichzeitig erhöht sich auch der Konsum. Also, um es einfach zu sagen, die EMCBA hat in Mitgliedsorganisationen 28 EU-Ländern gesagt, es gibt keine kursale Verbindung. Wenn ihr an der Schraube der Repression dreht und die fester zieht, gibt es keinen kausalen Zusammenhang zur Reduktion des Konsums, wie bei UK. Und wenn ihr das lockert, heißt es nicht automatisch, dass der Konsum steigt. Und das mit dem Briefpapier der EMCBA ist ein erheblicher Schritt, weil damit die ganze Strafverfolgungswahnsinn, den wir heute gehört haben, 260.000 konsumnahe Delikte, laut PKA-Daten, dem ist da mit der Zahl nicht gezogen. Und wir bewegen uns auf dieses, auch bekannt, die erhitzt, dass wir eben gucken müssen, wie wir den Markt regulieren können. Illegale Märkte sind hier, Gangster ist, und wir bewegen uns mit einer Regelnation sicherlich hier, wo wir uns unbedingt auf die X-Achse kommen, aber doch alles so. Wie weiter? Ja, natürlich eine Cannabis-zentriere Regulationsdebatte. Georg wird davon noch ein bisschen sprechen. In vielen Ländern und in allen Details starten wir also in Eigenbedarfsgrenzen zu Cannabis und jetzt noch auch nochmal die gegenwärtige Drogenbeauftragte, weil sie ja wirklich, die vor drei Tagen sagte, der Umgang mit Cannabis, da wollen sie ja auch den Dialog führen. Sie wollte eine breite Debatte, auch die Begriffe nicht spielen. Ich finde, man muss eben diese Cannabis-Triere-Debatte überwinden. Also die muss geführt werden, gar keine Frage, weil Cannabis die Leitdroge ist und werden ja andere Modelle exerzieren und das sicherlich auch in der nächsten Legislatur irgendwie machen werden, was die Gründen schon gesagt werden, aber im Grunde genommen geht es natürlich um ein Gesamtkonzept in der Natur von psychologischen Substanzen. Hier nochmal aus Freya, ein jüngstes Beispiel, die eben auch über Eigenbedarfsgrenzen Anhebung eine erhebliche Veränderung gemacht haben. Sale and Possession of Cannabis Seeds, wie man die liege, da ist noch nichts passiert, das hier aber eben der Buchbruch hat eigentlich diese grünen Abgeordnete in Berlin gemacht. Die hat nämlich vor kurzem, vor etwa drei Wochen, eine Eigenbedarfsgrenze, klar, transparent, wie in Portugal, für Heroin und Kokain gefordert. Also, und hat damit wirklich einen Sturm der Entrüstung in diesem beschaulichen Berlin und ja, nur indem sie forderte, Eigenbedarfsgrenzen, klar, dass ich nicht für Heroin und Kokain und die CDU. Dass das auch wiederum nichts Neues ist, zeige ich Ihnen mit einem anderen Dokument, was ebenfalls die nächsten 30 Jahre wird, nämlich die Frankfurter Resolution, die damals eine kleine Revolution war, die sagte schon mal, wir können den Markt nicht eliminieren und ausführen, aber wir können und irgendwie fordern, dass Gebrauchern, Gebrauchern, mit anderen illegaler Drogen als Cannabis für Erwerb und Besitz und Konsum geringer Mensch und Eigenbedarf nicht bestraft werden. Also im Grunde genommen der Vorläufer, die Einladung, eben auch über Eigenbedarfsgrenzen zu vermeintlich härteren Substanzen hinzusprechen. Also eine ganz wichtige Angelegenheit und da sagte die Drogen, die Grünen-Sprecherin, dass man eben auch hat, wo Praktikabel regulieren sollte, eine Eigenbedarfsregelung auf Landesebene und sie erhält Unterstützung vom BDK, Landeskriminalamt, der sagt, es gibt Anzeichen für eine Kokainepidemie. In Berlin gibt es das Kokain-Taxi-Wesen, da haben Sie wahrscheinlich schon gehört, sehr stark eigentlich, eine sehr ernste und sehr wirksame Regulation, das ist informell. Die sagt aber, wir hören schon von der GDP und von der BDK CDU, das ist tödlicher Schwachsinn und hier wird nur Kokainepidemie eingelagt, zu legalisieren und die Grünen machen sich damit zu Gladiisten und Dienern und der Organisierten. Also auch wieder nicht so ganz richtig, was wir da gefordert haben und der drogenpolitische Ablauf der grünen Abgeordneten wird dann fortgesetzt. auch wahnsinnige Ideen. Gut, wie ist die Schrift in mehreren Gründen genommen, sehr viel bessere partizipative Diskussion zu führen, das BVG-Urteil nochmal wieder einzubringen, von anderen Regulierungsmodellen zu lernen. Ich finde, dass wir das nur sehr unzureichend und sehr unsystematisch tun, als was ich mir von der zweiten antipopulistischen Diskussion erwarten würde, dass wir mehr aus dem Ausland uns hier zeigen lassen und gucken, was wir da entwickeln. Bernd und ich und die beiden Institute, die wir vertreten, machen ja seit sechs Jahren eine alternative Berichterstattung zu drohen und so die sehr großen Antwortfälle. Das ist so ein Vorwurf, was wir uns erarbeitet haben, auch dass wir beide sehr stolz sind, weil das tatsächlich neue Ansätze oder ganz die gängige ergangbare Dinge zeigt und damit würde ich es mal gewenden lassen, das Spiel für Diskussionen und Nachfragen ganz gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.